Herzlich Willkommen zum nächsten Part von Flatout 2. Im letzten Part haben wir den Wasting Twilight Cup gewonnen und das Beat Boy gewonnen. Mit so einer schönen Musik, ja? Das gefällt mir einfach. Yay! Nein, hören wir jetzt auf. Jetzt geht es weiter mit dem Sunday Jam Racing Cup und zwar werden wir die ersten drei Rennen fahren und dann die letzten zwei, also nach den ersten drei Rennen gibt es einen kleinen Cut, dann werden die, dann im nächsten Part werden die letzten zwei und das Figur of Eight zwei gefahren. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal los. Mit Midwest Range 2. Oh, das Lied ist einfach nur geil gerade gewesen, da kann man nur mit singen, aber das Weg kann ich ja nie machen, das ist ja sonst peinlich. Mal eine Runde trinken noch, ist ja immer sehr wichtig. So, was haben wir denn hier so vor uns? Wir haben eine Runde crashen, denke ich, oder? Und du bestimmt schon wieder. Ich gehe an die Bahn, jööö. Okay, Leute, was habt ihr denn so alles geplant? So, weg hier. Du gehst auch Bahn, ich gehst auch Bahn. Tschüssi. Und der darf da vorne, ja? Und noch eine Bahn. Okay, jetzt rein, ich muss mich mal aufholen hier. Genug Scheiße gebaut. Ray Carter will auch in der Runde Bahn gehen, aber ich glaube, das wird erstmal nichts bei ihm sein. Okay, das war Ray. Kriegt er nachher zurück? Ah, nee, 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 diesmal nicht. Da war ich zu spät eingelenkt, oder bin ich zu spät eingelenkt. Kommt noch eine schöne Rolle. Na fast. Okay, jetzt sind sie durch, durch mit durchgeflogen. Ach, Mann, muss der Pfeiler da sein. Immerhin vier Runden. So. Da vor uns steht, bin. Dann kriegen wir eine Wirka. Okay, Jason Walker führt das Rennen. Okay, ich bin jetzt hier. 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 Ich bin jetzt hier. Okay, ich bin jetzt hier. Dann gib mal Gas hier, du Vada. Ich freue mich schon mal, als erstes Mal eine Wüste entzufahren, wenn es mal erst mal kommt. Die Wüste ist auch geil hier. Ach, schon wieder nicht. Danke, dass du mich in der Kurve ein bisschen reingelenkt hast, weil ich wäre sonst nicht durchgekommen. Vorletzte Runde. Sophia. Ich bin jetzt zu schnell. Nein, das hat einen Fehler gemacht. Noch einmal drehen. Ich will sie noch nur drehen. Boah. Die ist weg. Da am Baum hängst du. Fails. Hey. Jetzt komm ich durch. Ähm. Tschüssi. Letzte Runde. Ray Carter auf Platz 2, Jack auf Platz 1. Wie fährt der denn lang? Fangen alle aus nochmal lang? Ach so. Ich hab noch nie lang gefahren. Oh, jetzt ist die Sophia da hinten. Äh, da vorne. Mein Gott. Manchmal. Auch Wiedersehen sagen. Also lange wird das Let's Play nicht gehen. Also wir sind jetzt ungefähr bei Part... 14 sind wir jetzt da. Und... Ja, also... Bei Part 15 haben wir schon... Nein! Ficken! Ähm, Part 15 ist jetzt schon Level 2 beendet. Und dann haben wir die letzten vier Pokale, also... bis Part sogar 20 oder 21 gezieht hier noch. Dann da auch nochmal sogar 15 Parts, also um die 45 Parts geht das Let's Play hier. Und wir sind nicht durch die letzte Runde gefahren, dank Selby Taylor. Dankeschön. Und besser Schrott da. Yeah! Wir haben richtig fetten Money, aber wir brauchen kein neues Auto kaufen, weil das am besten ist. Und jetzt geht's endlich ja das erste Mal Desert. Ja! Mit Flugzeug. Mit Flugzeug. So ein Flugzeug-Friedhof. Okay. Perfekt. Wohin fällt mir das. Die Map ist auch richtig Hammer. Sophia! Jaaaa! Man, verpiss dich! So. Erstmal jetzt. Okay. Oh, Jessie! Komm, einmal durch! Einmal durch! Oh! Nicht überschlagen! Die waren gerade fast letzter, also! Oh, sie crashed! Oh! Mein Rückenrekord, aha! Ne, 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 ne! Mann, Alter, das ist doch piekend, das nervt total! Mann, nicht genug gecrashed! Schon wieder! Es kotzt an! Ey! Jetzt höre ich mal mit auf, da hier zur Dorns Piepen zu erzeugen! Ja! So! Oh! Oh! Es war ja Rückenrekord! Oder war Ray Carter? Reicht gesehn! Du kannst mir gar nichts anhaben! Du kannst mir gar nichts anhaben! Du kannst mir gar nichts anhaben! Du, 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 du! Oh, wir sind schon letzte Runde! Mann, was wird er gleich mir nicht nehmen! ist mein Sieg. Perfekt. Viertes Check gewonnen. Und noch jetzt, oh, drei Sachen, cool. Und knapp unter oder bisschen knapp über zehn Minuten. Und meine Lieblingsstrecke. So. Und zeig mal, was du kannst, Sophia. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Toll. Jetzt kriege ich den ersten Kursen. Doch, 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 doch. Wer ist da? Gar keiner. Wow. Ich will den Sprung nehmen. Bloß nicht zurücksetzen drücken. Und voller Kraft voraus. Okay. Frank. Ah, fuck. Wir sind zwei da. Langweilig hier vorne. Ah, geht da ein bisschen Kundschaft mal wieder. Ah, Jack Benton. Alter. Der war weg. Juhu. Und die letzte Runde. Scheiße. Oh, das ist doch vier. Oh, vielleicht haben wir zwei geschrottet. Alter. Ich bin irgendwie reingefahren einfach. Tschüss, Jason. So. So. Ok. Und dann ziehe. Die Runde gehört uns. Bäm Oh ja, wir haben beide geschrottet Okay, wir haben 9 Punkte vor Ah ja, ne Das war es ja schon für den Part, Leute Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten wieder Wenn wir genau hier weitermachen Also, haut rein